Ja, Pity wurde verzweifelt auf der Suche nach dem Halmweg. Wie immer. Fleischsuchung war natürlich nicht so erfolgreich. Aber dafür Pilze, 22 Stück, 6 Schanitzel. Lang deinen Stummel noch was. Ne, ne, ich hab noch Schawert. Aber mein Holzachs oder Achs ist im Arsch. Mal gucken, ob ich noch einen habe hier. Oh, ne, ein Kaninchen hab ich noch. Oh, zwei Kohle. Na, super. Warte mal, jetzt bin ich irgendwie falsch gelaufen. Ich muss plus X, glaube ich. Ich muss doch hier schon in der Nähe sein. Hä? Hä? Hallo. Müsste doch gleich da sein. Was ist denn das im Karnickel? Warte mal. 150, 306, muss ich minus Z jetzt. Äh, positiv. Minus. Äh. Äh? Irgendwie lauf ich falsch. Kümmerst du dich um Eisen und Kohle? Ja. Dann baue ich hier noch ein bisschen Holz ab. Oh, Leute. Was war da hier noch von euch hier? Ja, ich hab dich auch gerade gesehen. Ich stehe im Baum. Hahaha. Ich bin da. Juhu. Er hat's geschafft. Er hat's geschafft. Ich bin da aber ja auch nicht. Na doch, 55. Drei und... Ne, ich bin hier eher auf zwei. Hä? Die Koordinaten waren nicht genau. 280 ist das. Na ja, gut. Auf die kommst du ja noch nicht drauf an. Ich muss mal kurz was gucken hier. Wieso lädt er das jetzt nicht hier? So, Pilze und Fleisch habe ich reingetan oder soll ich das irgendwo gleich reinschmeißen? Warte, ich baue mal... Achso, wir haben... Ich? Ne, wohl leider nicht. Äh... Leber betal auch nicht. Warte, ich hacke mal noch ein bisschen Stein und baue mal ein paar Öfen noch. Wenn wir erstmal Rüstung zusammen haben, dann gehen wir weiter und gucken uns nach einem schönen Ort, oder? Jo. Das macht's keine Worte. Dann habe ich das Fleisch erstmal in den Ofen, oder was? Genau. Eisen erstmal alles in der Kiste. Das sammeln wir so lange, bis wir uns alle Rüstung machen können. Äh... Der war in den Ofen hier. Der hier ja? Ja... Achso, das sind noch. Eisen drin gewesen. Das habe ich nicht gesehen. Alter. Was? Hölle? Hölle. Achso. Wo willst du das Eisern hinhaben? Links in die Sammelkiste. Judi. Soll ich nochmal woanders hingucken wegen Fleisch? Das wollen wir für unterwegs was haben. Nahrung brauchen wir auf jeden Fall noch. Ich habe zwei Weizen eingebaut. Aber das wird noch eine Weile dauern. Ich kletter euch mal da oben hoch. Mal sehen ob ich da von da aus was sehe. Ich sehe bloß Pilzbäume von Weitem. Haben wir Fäden? Ach nee. Spenden habe ich noch nicht kaputt gemacht. Hätte ich wieder mal hoch hier. Doch ich schon. Wir haben leider keinen Faden dabei. Sonst hätte ich auch Fische geangelt. Eine Kuh. Wie gesagt, drei Steaks sind noch im Ofen. Das Karnickel habe ich mir jetzt mitgenommen vor sich selber. Ist das denn die Haselots? Hier sind noch Pilze ohne Ende. Die habe ich noch nicht müssen. Pferde könnte man nur fangen. Ja. Die geben Leder höchstens. Aber ist jetzt nicht so wichtig. Erstmal. Ja. Ich will mal Karnickelbraten. Wo ist denn da hin? Ach da unten. Ach nee, ist fertig. Kannst du was mit Karnickelfell machen? Wiss ich noch nicht. Irgendwas kannst du damit auch machen. Aber... Für die scheiß Pilze brauchst du auch mal die Schalen oder? Ja. Also ein bisschen verständlich. Es ist ja nur das erste Mal damit wir überhaupt was gefressen haben. Das ist eine Dauerlösung. Ich finde bloß Karnickel hier. Die bleibt noch mal stehen. Tötslich schon mal nicht wo ich bin. Die Wilder sind irgendwie dichter oder war das immer schon so? Du bist dichter. Die auch nicht. Was ist denn das? Kling... Röschens. Keine Viecher hier. Das nervt. Boah, die Porn sich gerade. Schade. Rip. Ist hier schon mal wieder fackeln. Ich bin unbeabsichtlich schon mal wieder zu Hause. Schon voll im Kreis zu laufen. Aber irgendwie... Ist in deiner Bucht unten... Brauche ich immer ein Zombie. Kann das sein? Bucht? Na hier in deiner... Oh wie... Sind das alles Öfen hier? Oder was? Jo. Warum das? Na um schneller zu verarbeiten. Sechs wenn... Äh... Der Bienker da unten wieder hochkommt... Braucht so 20 Öfen. Hier ich hab dir mal ein Erkennungszeichen gesetzt. Mir? Vom Weitem schon. Also... Das versteh ich nicht. Äh... Oh, ich hab's überlebt. Sehr gut. Untergefallen? Na ja, ich muss ja irgendwie wieder runter von dem Pfeil, den ich da hinten sitze. So... So... Zeug ist noch im Ofen. Öl... Öl... So... So... Fleisch ist im Ofen und im rechten... Äh... In der rechten Kiste. So... Jo... Aus Versehen noch viel sammelt aber auch. Oh nein! Schon ein Duos da, ja. Oh, ich komme dir auch schon hin. Das ist klar, ne. Angst, ahhh, dunkel, was ist ein Pfeil im Kopf? Wer jetzt? Du! Kann ja mal passieren. Was heiler ich überhaupt? Locken wir? Auch nicht schlecht. Mahlzeit. Oh, wir hatten kurzfristig einen Gast. Wir hatten den nicht angezeigt. Oh, ist ja viel Pils gemacht. Nur ein paar. Nur ein paar ist klar, ne. Ja, wir wollen erstmal für den Aufbruch rüsten oder wie? Aber lange mache ich nicht mal 5 Minuten oder so. Was brauchen wir jetzt noch für den Aufbruch? Rüstung, Waffen? Rüstung. Auf jeden Fall. Ja, wenn ich wüsste, wie das noch hinkt, muss ich in Ruhe nochmal gucken. Guck ich mal, ob ich noch Viehzeug finde hier. Oh, da hinten steht ein... Alter, steht denn da alles rum? Ich fühlte 20 Zombies. Ich bin ernsthaft jetzt. Fühl mal weg, wa? BAM! BAM! Gott, das will. Achtung, geht doch nicht auf! Ah, bin gleich tot. Ah, spinnen, ich brauche Fäden. Aber ein, ich brauche noch mehr. Guck mal, da hinten steht noch alles voll mit Zombies. Oh, aber Spinnenfäden. Ah, Creeper. Alter. Hinter dir. Bei mir. Was ist denn, hier hängt so ein Miniviee? Alter, ich bin mittendrin in mir Tümmel. Aus Versehen. Alter, wo kommen sie alle her? Mir hört gerade zu, ne? Selten. Hinter dir Creeper, Mann. Creeper. Oh Gott. Alter, wie viel? Normal. Ist doch nicht normal, oder? Müssen die sich erst alle verteilen, oder wieder was? Oh nein. Oh nein. Ach ja, ja. Ich bin der gar nicht tot. Oh Leute. Hahaha. Was geht denn hier ab? Schmerzl, derzl. Schmerzl, derzl. Schmerzl, derzl. Guck mal was da unten noch alles steht. Hier ist alles voll, das ist doch nicht normal. Wer hat denn den Zürcher eingestellt? Schmerzl. Dass du auch reinstorben musst. Ne. Das ist ja eigentlich nicht, aber da war ein Creeper. 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 Wo liegt mein Zeichel? Mein Herz. Geht ja auch nicht. Ich hab meine leeren Essensschale kaputt gemacht. Wo liegt mein Schwert? Ich seh's nicht. Alter. Was ist hier los, ey? Wisst ihr was da unten noch steht alles? Oh, ist mein neues Schwert, meins kaputt. Nein, ich hab auch kein Essen mit. Ja, oben ist. Oben noch, ich seh's ja alles. Ja, ja. Ah. Weiter. Was ist jetzt? Hast du das gesehen? Ne. Gott sei Dank. Was? Und wie ich mich erschrocken hab. Frenz. So, dass du erst mal zurückgerutscht bist. Echt ja? Ich hab so Ficcio! Ach, scheiße. Ah, was soll ich rauskopieren? Rauskopieren? Mein Schwert ist fast zum Arsch hier heute. Ja, Mann. Bisschen cool. Ach, scheiße. Ich muss gleich hochkommen. Ich hab mich schon... und... Ich hab mal ein Weizklau und schmeiß hier mit runter. Weiß mal. Macht doch. Vielleicht Erde ohne Ende übermeld. Wui, quui. Was ist denn das jetzt? Todesklau und Donuts? Alter! Das ist doch nicht wahr sein, dieser verdammter Scheiß Creeper. Der hat das ganze Beet weggesprengt. Naja. Ne ne. Guck doch mal hinter dir. Ich hab hier gerade schön geschmaust. Riesen Loch hingerissen. Hinten gerissen. Hast du ja nicht gesehen was da hinten noch alles steht? Ja das ist ne richtige Armee alter. Das ist doch auch nicht normal oder? Doch das war sonst am Anfang auch immer so. Nur nachher weil er denn mit Fackeln bei dir alles ausgeleuchtet ist. Ja bei Seven Days war es eigentlich auch so immer gewesen am Anfang. Haben mich auch mal 500 verfolgt. Naja. Wie fühlt. Hä hinter dir ein Zombie. Oh ich eile wie manse Höfe hier. Ich hab da eben noch einen Zombie. Die hat ja auch nix abgeworfen hier die Sau. Wachen sie ja auch nicht immer leider. Oh das ist doch noch ein Haufen. Oh hier Adolf. Mini Adolf kommt hier. Oh nur das komische tote Fleisch aus welchen da mit. Hinten haare ich mir in den Dreck. Ich glaube hier ist das fünfte Mal Level 6 oder so. Na Juti mach ich erstmal Schluss für heute ja? Alles klar. Juuu tschüss. 3 6 7 7 8 11